So, trink Trinkwetter, ich kümmere mich mal selber ums trinken. Ja, Trinkwetter, ich sehe gerade, wo an ist. Hallo? Hi, grüß dich. So, dann kannst du uns ja wieder retten. Ah, Toffel, danke dir. Ich nehme gleich nochmal einen Schluck aus der wunderschönen Tasse. Ah, übrigens jetzt im Shop auch schwarze Taschen, äh, Taschen, Tassen. Tassen kommen aber auch. Wer ist diese andere? Die Diana Sister, das ist Maverick. Ja, hat er noch einen Account? Ja, der spielt gerade mit der Playstation, der hat einen anderen Gamertag. Ah, der hat ja auch damals auf PC gespielt, gell? Ja, Toffel, auch Handtaschen sind dabei und Turnschuhe, wo du dann dein Gedöns drauf machen kannst. Und Sneakers und Kaffee, Thermobecher, 233 Produkte. Voll geil. Wie heißt du nochmal? Da gehst du mal anders. Äh, Giana. Wie heißt du nochmal? Ich? Ja. Der Michel, Michael. Genau. Der Holzmiel. Oh, ihr Henker hat alles, ne? Kannst du bitte bereit drücken? Nee. Bei mir tut sich nix. Ah, jetzt, jetzt ist Ladebildschirm. Ich auch. Jetzt geht's wieder, eben wollte er nicht. Computer sagte nein. Genau. Ja, Toffel, das sind voll die geilen Dinger dabei. Echt krass. Auch für, für Kinders, äh, Klamotten. Sehr cool. Das heißt nicht Chiena, sondern Chandra, nicht Chiena. Ich kenn nur, ich kenn nur das Spiel Chiena Sisters. Kennst du das nicht? Von, äh, das Pordor zu Mario Brothers. Ich bin mein Lieblingsgen, Arne. Ähm, Japan. Oh, Batman ist dabei. Hm. Ich bin Batman. Oh, der Barik, der Barik, der Barik. The Batman. You're my. The Dark Knight. Michel, schlafen. Ihm. Senna ist es dann. Das ist geliehen. Ja, Toffel. Ist schon nervig. Oh, cool. Ähm, oh, wie heißt der? Von Fallout. Kotzwerf. Stimmt. Was für eine Kotze? Eine, eine, eine wertvolle Kotze. Kotzwerf. Ich mein Kotzwerf. Nö, Kotzwerf. Genau, das ist der Roboter. Heißt du Kotzwerf? Kotzwerf. Aber heißt ich Mottmuss. Mottmuss. Weiß ich. Aufs Klo, aufs Klo muss. Wer hat null bauen angestellt. Hier, ich kann wirklich Fußball spielen. M-M-M-M. Stell dich mal hin. Ich hab grad geschossen. Ein guter Hit. Achso, da. Ich kann richtig Fußball spielen hier. Hihi. Aber nicht gegen das Schlagzeug. Aber dafür ist es so da. Das ist auch eine Base-Ram. Wo landen wir? Was nen Frisbee? So, gelb. 3 Milliarden Meter weg. Können wir bei Severus landen? Nee. Warum ist Severus? So. Warum ist Severus dein einziger Boss, wo auf der Karte geflogen ist? Ja, in einem Metallica-Event ist dann als Boss nicht auch eine Plattenfirma oder so dabei. Das wär ganz cool. Gegen Sony kämpfen. Und die schmeißen mit Schallplatten. Und CDs. Obwohl, ein Emote gibt's umsonst, aber mehr nicht. Oh. Emote umsonst? Und der ist nicht so geil. Egal. Ich bin Batman. Ich bin Batman. Ich lande da. Batman. Mit der Batman-Mam. Genau. Ab ins Batman. Vom dänischen Bettenlager. Batman. Ich lande hier. Ich habe mehrere Batman-Männer. Ich komme zu dir, Kompos. Hier ist ein Bot. Da können wir direkt episch essen. G-Gerdes. Ist natürlich episch. Episch essen. G. Sterben werden wir trotzdem. Selbst mit oder ohne. Ja, wenn wir was können, dann ist es sterben. Ja. Da sind wir ja Profis. Kann ich nicht jemand von euch bauen, ne? Nee, ich nicht. Du bist noch ein bisschen jung für, oder? Achso, du meinst im Spiel. Ich dachte schon. Ich kann bauen. Scheiß. Nee, ich nicht. Ich habe eine New Cola gefunden. Ich habe eine New Cola gefunden. Ich habe eine New Cola. Die Japanische Cola. Zwei verabschieden. Zwei verabschieden. Niii. Ey, wenn du die Pistole geil. Cooler Parkplatz. Ich mache eine Nassauk. Echt denn? Oh. Pistole ist die stärkste Waffen im ganzen Spiel. Nee. Doch. Wenn du die linken nörgst. Wenn du die linken nörgst, geht das dauernd, oder? Nö. Ich gönne mir erstmal die Zitrone. Zitrone, ne? Das ist ein bisschen was an dieser Fiesel. Starkes ist ein Fussel. Ein Fussel? Los, ruck dir richtig weg. Guck mal, wie das aussieht. Loopspielen? Ich bin OGs, die sind zurück. Oh, zwei Schlagzeuge sind aber doof. Kacke. Oji, Fussel ist leer. Was sind das für Instrumente? Schade, dass ich nix höre. Hat irgendjemand Kugelmonier? Nö. Ich versuche zu abonnieren. Bin runter von dem Zeug. Gar nicht wahr? Steine werfen ist am effektivsten. Pistole ist die stärkste Waffe im ganzen Spiel. Meinst du? Ja, meinst du? Das ist die stärkste Waffe im Spiel. Pistole. Pistole ist zu aimborn. Dann nehme ich lieber eine Sepertone. Ich hole euch. Ihr habt keine, ihr habt keine Tares, wenn ich meine blaue Pistole habe. Habt ihr gar keine Ahnung, wie gut ich da bin. Dann möchte ich die Gegner Schiss haben. Der Kleine kennt mich nicht, nur meine Glanzzeiten. Ja, aber ich selbst mit einer grauen Schrotflinte alles geholt. Hm, okay. Hier, ein bisschen was zum Spritzen. Spritzen ist immer weg. Ich werde meine Pistole nicht ausgeben. Ich komme zum Spritzen. Ach, das hat die alle versaut. Ich spiele lieber. Oh. Ah, verdammt. Ich habe meine Pistole nicht ausgeben. Ich bin runtergefallen. Ich habe jetzt weiter, ich denke, verdammt, ich muss bei Simi. Wenn jemand klaut meine Pistole, dann wird der Kamerkraft hier. Mein Kumpel, schau zu. Oh, ein Voyeur. Bei dir im Zoo. Bei mir? Oh. Hi. Danke. Da, 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 da. Wer hat mir auch vor Zeit gesteckt? Unsere Glanzzeiten. Wie heißt du nochmal? Ich habe zwei Gäste gesehen. Wer? Du. Ich? Du, Michel. Hey, warte. Michael. 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 Geh mit fahren. Ich kann auch mal sitzen. Jetzt hat er drauf. Ja, du kannst dich nur oben drauf stellen. Ja, ich mag auch oben drauf. Ich mag oben drauf. Los, fahrt los. Das ist auch cool. Ja, ja, fahr, fahr. Er macht Surfen. Fahr. Nein, ich mag, ich mag, ich mag auch oben drauf. Ach so, Cottbus, Cottbus. Warte auf, Cottbus. Ich kann eure Auto hier. Ich habe zwei hier, Digga. Er hat drüber gespuchen. Ich habe zwei hier, Digga. Alter, mein Cape. Ich habe eure Auto gebildet. Okay, also durch das Ding könnt ihr nicht mit. Ruder geflogen. Oh, hier. Das haut die Direktion den Action. Ja, hier ist auch nicht. Digga. Jetzt wird der Karma mit meiner Piste. Das ist gut. Guck mal, der Karma mit meiner Piste. Wer sich mit meiner Piste anlegt, hat er Probleme. Weil die Piste hat 274 Schuss. Und wer sich mit einem Feldman anlegt, ist mal schnell sein Genick los. Ja, und ich tue jetzt auch. Oh, hier. Michael. Ja? Ich bin in deinem Fahrzeug. Haha. Macht nix. Oh, hier rennt noch einer. Hier will also jemand Stress. Oh. Ach, da. Oh. Da will jemand Stress. So, jetzt gibt es Gruppen mit dem Fichten Stress. Ja, ich will mal in der Piste gehen. Hier ist schon tot. Nein. Oh. Ich brauche mir eine Piste. Egal. Pistole. Pistel start. Pistel gar nichts. Doch. Pistole ist die beste Waffe. Das Spiel mit der Bär. Die beste Hämmer. Also ich bin so neutral und sage, keine von beiden ist die beste. Ich, ich bin nur mit, ich bin nur mit zwei Waffen. Boah, ich habe eine Laserkanone. Ja. Ja, die ist nicht so. Oh, die trifft auch nicht. Also ich sage jetzt mal, dass es an der Knarre liegt. Das ist meine. Wow. Ja, Mischel, ich habe, du hast deinen Kopf getroffen. Ja, das war knapp. Ey, das war meine. Ich habe die zuerst gesetzt. Die lag da rum. Mischel war direkt runtergegangen. Kartoffeln. Kartoffeln. Batman. Da ist meine wegen Serum. Warum? Du hast doch deine Pistel. Diana, Alter. Gib da auch mein episch Essen. Nicht. Und das heißt nicht Diana. Alter, das kann doch was werden mit Maeve hier. Gegner. Warum? Da war noch ein großer Schildtrank. Äh, jetzt bin ich weg. Wir werden wohl Gegner. Ja, Gegner. Gegner treut mich. Gegner, wo bist du? Wo treust du mich? Sag bitte. Was ist denn da? Wir haben schon zwölf Kills insgesamt. Jetzt heißt das, geht das, wenn es fertig ist. Äh. Macht schon mal stehen. Warum hat Batman eigentlich FKs? Weil ich kam. Ey, wartet auf mich. Ah. Ist das jemand? Ach, ne. Ja, ich komme schnell, Karpus. Ich habe nur Schreine entsorgt. Und jetzt. Hättest du dich treffen können? Ist euer Auto voll gespielt. Jetzt ist euer Auto wieder voll gespielt. Gleich ist es. Hm. Ich kann automatisch eure Auto sehen. Braucht man bald neue Stoßdämpfer, wenn das so weitergeht. Die sind wahrscheinlich noch durch. Ja. Der hat gar keine Stoßdämpfer. Oh. Oh. Geil. Ja, das war auch schon geil. So ein cooler Huse. Oh. Interessanter Stunt, was? Ich habe FNCS gewonnen. Also das war eine Lüge. Ich habe FNCS gewonnen. Eine Lüge. CS Gas. Ich glaube, der Vergaser dieses Wagens macht ein paar Probleme. Ja. Deswegen sagst du auch immer Gas. Ja. Michael. Michael. Ja. Oh, das wäre cool, ja. Ähm. Glaub ich nicht errichten, Michael. Ja. Ich werde gerade geguckt. In die Richtung. Ich kaufe mir erst mal zwei Meldes. Werde ich hier? Ich habe mir noch zwei Meldes. Da wird geschossen. Jetzt bin ich mit meiner Piste. Wer will stress, hä? Ach, du wirst stress, okay. Dann hole ich meine Piste. Alter, das Ding ist aber kacke hier. Was ist mit dem Laser? Ah, ich habe den mit dem Auto klappt. Ich habe den Fisch geholt. Ah. Also für mich hat die Laserkanone funktioniert. Schildfunk, Schildfunk. Okay, ich können. Okay, Auto kaputt. Das Auto ist da, ja, Marsch. Ich mach das Auto kaputt. Auto ist in die Luft, ich springt fast. Warte, ich geh schnell das Auto reparieren. Ja, das wäre gut. Halt den kurz aus. Ich bin gleich wieder da. Ah, das Ding ist auch noch kaputt. Ich muss zwar... Digga, wir haben mit Bauen eingestellt. Ist nicht mit Bauen. Ist nie mit Bauen bei uns. Ich spiel immer nur mit Bauen. Ah, einer mit Gitarre ist hier. Oh, 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 oh. Ein Anfänger der Gitarre habe einfach. Oh, was? Ah, ah, ah. Ich würde gekillt. Ich würde mich auf Schafe, dann könnte ich wegfahren und dann... Und dann würde ich mich auf Schafe, dann könnte ich wegfahren. Und dann würde ich mich auf Schafe, dann würde ich meine Karte reinfahren. Und dann würde ich mich auf Schafe, dann würde ich mich aufschauen. Ja. Ich wollte einfach mal eine Karte. Ja. Nein, ich würde mich hasen, eigentlich. Nur Mavory kümmert sich jetzt rum. Einer hat nur noch einen AP. Okay, die Karte ist immer. Was? Michael ist bereit. Okay. Nee, soll man nicht. Das kann böse Folgen haben. Warum? Ich weiß nicht, Hemorrhiden oder so. Keine Ahnung, irgendwas passiert da. Irgendwas drückt sich raus. Immer fließen lassen. Du brauchst den Flow. Du musst es spüren. Spüre die Macht in dir, etwas zu vollbringen. Michael, spielst du nur Battle Royale 0 bauen? Ja, ja. Mit dem Bauen, das kann ich nicht so. Spielst du auch Battle Royale? Nein, mach ich mir nicht. Nur das 0 bauen hier. Spielst du auch andere Spiele? Ja, klar. Klar. Alles Mögliche. Aber Sonntag spiele ich ja immer Fortnite. Ansonsten, Montag spiele ich noch und Donnerstag spiele ich noch. Und manchmal auch an anderen Tagen. Da spiele ich dann jetzt aktuell Star Wars und, ähm, boah, was spielen wir noch? Ghostbusters sind wir fertig. Starfields müssen wir auch mal weitermachen. Ja, genau. Sea of Thieves müssen wir auch weitermachen unbedingt. Monkey Island. Wenn wir Urlaub haben. Ja, auf jeden Fall. Da können wir mal so richtig schön durchballern. Ich habe Ende Juli gefängt meinen Urlaub mit uns am Abend. Juli. Jetzt können wir überlegen. Ich habe jetzt in... Also noch eine Woche arbeiten. Dann habe ich eine Woche Urlaub. Im Juli habe ich auch irgendwann. Ich kann mir die Daten nie merken. Habe ich die irgendwo hier aufgeschrieben? Warte mal. Juli. Habe ich da überhaupt Urlaub? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Habe ich darevetet, Untertitelung des ZDF, 2020